Ja hallo liebe Leute, ich grüße euch ganz herzlich. Ich will euch mal was nicht vorenthalten und deswegen gibt es dieses Video. Es ist ja so, wenn ihr hier eingebt, als Suchbegriff, Atlantis Art, die Maske, da kommt dann etwas zu dem ich euch was erklären möchte. Und zwar ist das hier der Film, die Maske und wenn man da drauf drückt, so das wollen wir mal machen, dann erscheint das Ganze. Und jetzt kommt es, was mir aufgefallen ist, dieser Film hier, der ist ein bisschen gruselig und soll so fantastisch wirken und soll also da auch sehr unterhaltsam sein. Aber es gibt etwas bei YouTube und das ist sehr interessant. Wenn ich hier auf der Leiste, auf diesen Punkt gehe, wo dann Einstellungen zu sehen sind und wenn ich da drauf drücke und ich gehe zu der Geschwindigkeit von Standard zu 0,5. Dann habe ich einen interessanten Effekt, weil die Musik wird noch gruseliger, es ist noch fantastischer irgendwie, noch unheimlicher, aber auch interessanter und hat sowas von Trance. Also das ist was ganz interessantes, wenn man mal so abschalten will und also man kann damit ja alles mögliche veranstalten, aber das ist der Trick und den wollte ich euch nicht vorenthalten, eben die Geschwindigkeit zu verstellen. Und wenn ihr euch das reinzieht, dann macht am besten voll Bild und dann seid ihr ganz im Bilde. Und dabei wünsche ich euch dann viel Vergnügen, wie ihr da hinkommt, wisst ihr ja. Und wie gesagt, die Geschwindigkeit runterstellen auf 0,5. Viel Freude damit! Die Geschwindigkeit runterstellen auf 0,75. Untertitelung des ZDF, 2020